3 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 21 23 23 24 24 25 25 25 22 25 25 25 26 26 26 27 27 25 25 26 27 27 28 28 28 28 28 29 30 30 30 28 29 32 32 31 32 32 33 Er geht über meinen leften Arm und legt ihn mit meinem righten Arm und legt ihn zurück. Und nun er hat mich in eine sehr, sehr bad Position. Und von hier kann ich auch mit meinem Handen gehen. Meiner sagt, dass ich mich in eine sehr, sehr bad Position mache. Aber wir interpretieren das als wir unsere Opponenten in eine sehr, sehr bad Situation machen. Wir breiten seine Balance. Und das gibt uns die Möglichkeit, etwas zu machen. So, wir haben die Zeit von dieser Arm. So, ich zeige euch die letzte Action für mich. So, in order to get out of this, I have to get my right hand out of this. And I am turning around. And from here, I step to his groin. Okay? So, in order to get out of this, I have to get my right hand out of this. So, when you do this, you can get away from him without being hurt. Because he will avoid being stabbed in the groin. And so, he might retreat. So, that's the idea, basically. I would say, that's it for today. Thank you, Fabian. And thank you for watching.